Das Ube-Dissener Osterfest ist auch in der 33. Ausgabe wieder ein voller Erfolg. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst. Ich finde dieses Jahr diese Idee mit diesen ganz vielen bunten Osterehren eigentlich richtig schön. Und es ist bunt und viel versöhnlicher. Optimal. Also die Kinder sind noch nicht ganz dreckig, also bleiben wir noch. Ja, das Osterfest haben sie geschönt. Das Feuer ist etwas klein. Und ansonsten ist alles super. Wetter ist super, alles spielt mit und alles perfekt. Finde ich sehr gut. Wetter hat sich zum Glück wieder aufgeklärt, von daher hervorragend. Wir haben Torwandschießen gehabt, wir haben das Stockbrotbraten und die Bratwurst, also Stockwurst als solches. Bier und Würstchen gibt es auch. Guck mal da, brennt was. Das war eine tolle Veranstaltung und ein schöner Abend. Hier geht es jetzt noch weiter mit Party und Musik, aber wir verabschieden uns fürs Erste. Ciao.